Beatrice Egli sitzt in der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Doch die Dreharbeiten sind offenbar alles andere als leicht für die Sängerin. Tränen bei Beatrice Egli, 36 Nachdem die Schweizerin 2013 Deutschland sucht den Superstar gewann, wechselte sie jetzt die Seiten und wird in der kommenden DSDS-Staffel am Jurypult sitzen. Bevor die Dreharbeiten dieses Jahres starteten, war die Schlagersängerin noch voller Vorfreude. Das erste Mal am Jurypult zu sitzen, war für die 36-Jährige voll aufregend und sie freue sich total und fühle sich schon ganz heimisch. Es ist wie nach Hause kommen, sagte Beatrice Egli in einem Interview mit TZ. Doch kurze Zeit später wurde ihr bewusst, dass das Ganze gar nicht mal so leicht ist. Beatrice Egli hat eine schwere Zeit am DSDS-Set Bereits im Vorfeld gab es die Sorge, dass es in der Jury-Konstellation krachen könnte. Denn nach dem Riesen-Zoff in der letzten Staffel zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasawitze, 27, zu dem sich auch Beatrice Egli äußerte, war nicht ganz klar, ob sie über den Vorfall hinweg sehen kann. Bevor ich zusagte, hatten wir ein sehr, sehr langes Gespräch, erklärte Beatrice Anfang des Jahres. Ich wollte mit Dieter ein paar Dinge klären. Offenbar sei seitdem alles gut zwischen dem Pop-Titan und der Sängerin. Jetzt verrät Beatrice allerdings, dass die Dreharbeiten teilweise doch nicht so leicht für sie sind und sie sogar allein im Hotelzimmer geweint hat. Doch der Grund war nicht Dieter. Abends allein im Hotel gibt es dann schon manchmal Kandidaten, die hallen mir noch nach. Da habe ich gestern eine Träne verdrückt. Und weiter, es arbeitet in mir, weil es sind Seelen, es sind Menschen. Das macht es für mich so schwierig, aber auch so wunderschön, verrät die Sängerin gegenüber Freizeit Illustrierte.